ich glaube haben keine materiale mehr dafür sagt könnte eventuell unter umständen vielleicht sogar sein ja ich glaube ich bei claustro nach hinten hatte ich aber 30 stück irgendwie ich bringe euch jetzt erst mal den claustro hast du ja genau das will ich gerade versuchen ach so wenn nämlich mal den lobe stunden schüssel mal gucken ob es den schön gibt ja in lila ich muss euch das zeug mal hier runter ja hier gibt es so geile claustro und eine ernsthaft das ist nicht in original das dauert zu lange was dauert zu lange er wirft alles einzeln also wir können den grünen das das sieht extrem falsch aus wie du ihr auf den kopf pinkel das ist number one steht so auf natur sekt der grüne gefällt mir jetzt nicht so ehrlich gesagt hier glas 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 bitteschön danke das wäre noch mal 3,50 könnte ich dir sogar noch geben aber ich will dich nicht enttäuschen aber das wird vielleicht für eine wand reichen ich bin noch dabei schon viel sondern wirklich keine klanten ist ja das ist doch nur hinter dem wasser das muss nur scheinen ja aber dann halt schein 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 und er so schön hell der sucht sind die fisch ist es schließlich sind die fisch ist schleimig glitschig die fisch ist flutschig die fisch ist genau naja dann können wir denen was anpflanzen oder so anpflanzen habe ich schon wieder das glück dass sie keine titi fischig sind der große umbau hier in der minecraft jetzt live dabei sein vor allem live live dabei beim letzten fehlen also glowstone ist also da kommen wir überhaupt nicht mit hin das ist schon klar oder ja mit dem glas kommen wir auch nicht mit hin ich wollte es nur noch mal erwähnen okay okay jetzt geht das wieder los hier diese scheiß tintenfische zu suchen ich glaube wir haben in der kiste wo ich den einen tintensack rausgenommen und sind auch noch an 39 oder so eigentlich in welcher kiste in der unsortiert kiste müssen wir übrigens auch noch die reihe hier rausreißen ich hab doch so durchgeguckt rasa ich hab aber eben weil sie so werden beim wasser müssen wir die reihe hier noch rausreißen darüber ist auch da drunter direkt unter wasser hier drunter ja ja eigentlich muss auch los sondern ja da oben mal zu so wie war das jetzt noch mal unter dich im wasser hast du eine unendliche wasserquelle gebaut in der mitte nicht doof ich weiß ich kenne den hinten nicht aus ja ich weiß ja ich will die brauchte doch dafür den den ne moment kein ink mixer in was für einem ding machte ich noch mal diese linking books schon ewigkeiten her in dem du brauchst ein panel dafür also ein buch und panel link mixer writing des linken paneele die paneele machst du im writing des mit einer leeren seite und tinte also da muss hinten sondern irgendwie ja das haben wir noch eisen irgendwo auch schon gut ich hab keines in leeres leeres papier ansonsten gehen meine dinger nämlich kann erledigen dann kann ich nicht mehr sind abschaffeln ja ich habe aber keinen mehr ich glaube ich bin zu blöd für den kack weil es ist ja nur eine offen das ist die crystal welt oder ja ich glaube schon ich kann es ja brauchen eine welt für glowstone doch mal kurz zu machen und zu sagen immer schnell mit mit dem linking book macht wird auch schon wieder auch schon schmerzen in den ohren ach komm was hast du doch vermisst blaze ne nicht wirklich dann müssten wir eigentlich das nether portal auch abbauen aber eigentlich will ich das nicht abbauen weil dann kommen wir da irgendwo raus wahrscheinlich was wollt ihr jetzt holen überhaupt wo ist denn wo sind die sachen hier von dem hier bei dem portal müssten die sein oder ich wollte irgendwas holen irgendwo bin ich jetzt rausgekommen und wollte was holen also da wo die portale jetzt waren das machen wir gerade wir machen portale da unten ja ich nehme mal das nether portal trotzdem mit man sollte das nicht mit der mit der mit der lamba ex probieren hier ist keine tinte drin moment es habe uns geht das nicht ja aber ich habe da keine tinte reingebracht wo kommen die hin nee du musst tinte machen erst mal also im ink mixer da oder wie guck mal auf ink nee geh mal ink und da gibt es den whisky mixer mix den whisky in den whisky auf ink ink und dann inkweil fuel also zwei farber und eine wasserflasche im lager ist es wirklich hier in dem ja ja das machst du nachher in dem aber ne pass auf hast du hast du ne wasserflasche werft hier mal ein glas von ne water bottle ne wir brauchen water bottle also ne leere bottle zwei stück sind im ink mixer den baum aber erst mal nicht sondern wir wollen jetzt erst mal zwei flaschen wasser wir bauen wir weiter wo es an sich jetzt welches geschlüsselte so welches nicht das ist nicht geschlüsselt dass es jetzt reparieren meine röstung mit deiner röstung ist ok na ja ja die wollte ich loswerden kann man ja neu gemacht wie du gesehen hast ja ja zwei ink ganz ganz die dekadent zusammen kraft ist also 22 ink sex zusammen kraft ist mit einer wasserflasche kommt das hier raus guck mal ich kann und die kannst du jetzt hier aus der wand gemacht ja ok kann man sehen und dann müsstest du da theoretisch papier reinkommen können müsste es eigentlich empty händels kriegen eventuell ich weiß ich glaube es in dem doch doch jetzt habt ihr das portal abgebaut so was gerade gehen das panel gekriegt oder ich habe noch gar nichts gemacht also hast du papier war war glaube ich auch in dem anderen der flaschen los und frosch aus den hals machen weil schon ein bisschen papier natürlich habe keine zeit ja alles zu looten das portal wieder hin stress nicht ich kann nichts machen ich kann den höchsten sand wegbrüllen wir müssen das portal eh wieder unten zünden wollte ich jetzt die knaller zählen nein nein er hat das papier komplett reingeschmissen und hole neues heute die wg der komischen geräusche noch fünf minuten so werden immer noch nicht fertig alter schwede ich wollte mich doch alle hier verkohlen oder verarschen blöden dricks sondern werden wir das nicht bei dragon ball das wollte ich eigentlich auch mal zocken aber ich glaube ich bin zu schlecht dafür ich mag so als prügelspiele nicht prügelspiele das ist es kult ich weiß aber ich mag sowas nicht ich mag sowas nicht ich bin ein mädchen das hat damit gar nichts zu tun ich habe auch das hat damit überhaupt nichts zu tun so kommt hier noch einer hin ja guck mal hier da 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 guckst du jetzt hier kommt du ja sofort auf der stelle ich baue hier gerade das portal für Dinge im keller auf ich sag mal ich glaube ich langsam genug glas so rosa also wenn du jetzt in keller gehst du dann hast du dein portal ja musst du nur noch Feuerzeug mitnehmen Ach, hab ich nicht. Hast du Gravel? Gravel gibt's doch hier direkt. Blaz, blaz. Yes. Ähm. Kommst du, kommst du mal her. Ch, runter wegs. Haben wir noch mal kein Gravel? Was ist das für eine Scheiße schon wieder? Dann nimm dir doch Flint oben aus der Kiste mit. Ich find kein Flint. Ich find kein Glowstone, du Flint ist kein Flint. Ich find kein Flint. Es gibt kein Flint auf Hawaii. Pass auf, guckst du hier. Inxer, Papier, Ink, Panel. Fertig. Die brauchst du um... Um wie viele von denen brauchen wir jetzt? Ja, je nachdem wie viele Portale wir öffnen. Warum halt für jedes neues Linking? Also 16. Quasi, ich mach gerade noch mal neue Tinte. Tinte! Wie krieg ich hier kein Flint raus? Was ist das für eine Scheiße? Also kriegt man hier... Also bisher haben wir quasi eins, ne? Gibt das nur eins für eine komplette Flasche Tinte? Also ich hab nur eins rausgekriegt, ja. Der Fug. Kein Flint. So, Link Panel Page. Und was mach ich mit der, die müssen wir hier... Die kombinierst du mit einem Buch. Mit dem ganz normalen Buch. Mit dem ganz normalen Buch. Da müssten wir einige in den Kisten haben. Ja. Aber, ähm... Ich muss auch noch... Ich hätt gern mehr Glas. Du krieg kein Flint raus, wenn ich travel abbaue. Das ist das für eine Scheiße. Und mehr Ink und mehr Zeug und so. Und naja, du weißt schon. So, gucken wir mal hier in den Kistenbücher. Und hier wär ne Menge Papier. Ich krieg kein Flint raus, wenn ich, wenn ich Travel abbaue. Ganz ruhig. Du bist unfähig. Hm. Ich mach mein Gravel wieder. Ich bin schon siebenmal abgebaut oder sowas, nix. Kombinier mal drei Gravel einfach. Im Craftingfeld. Also drei Stück, so. Das wär zu einfach. Du sagst mir, was denn jetzt erst? Dam, 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 dam. Das wär zu einfach. Du sagst mir, was denn jetzt erst? Dam, 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 dam. Ich dachte, ich lass das denn jetzt machen. Komm ich runter, ist das Portal. Warte schon an, oder? Das wär total witzig. Ich hätt's machen, weil ich jetzt Eisen dabei gehabt habe. Aber kein, kein Gravel nicht. Jaaa. Ich sterb jetzt. So, 64 Bücher. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas drin? Leere Flasche. Jetzt hab ich mich nicht bewegt, hör. Na vor, ich bin ja schon weg jetzt zurück. Ich versuch grad noch ein bisschen Tinte zu farben. Hm. Das Problem ist, dass diese Water Bottles auch nicht stacken, ne? Jetzt hab ich noch besser mit Haar voller Wasserflaschen. So, um die blöde Tinte herzustellen, ne? Voll ätzend. So, Shift-W. Klick. Ah, das ist sehr angenehm, wenn man Sachen automatisch reinklicken kann. Also ich hab schon mal sechs Flaschen, äh, Ink ist schon mal hier drin, ne? Just for you. Especially for you. Ach so, das muss ich hier auch wieder drüben machen, ne? Das Buch mit dem Link Dings verbinden, ne? Das ist übrigens bei 45, ne? Ich weiß nicht, ob du das einfach zusammentust oder nicht, oder? Ne, also im Crafting-Menü im eigenen geht's nicht. Irgendwie, nein. Kannst du noch sehen, wie? Vielleicht musst du es auch mit einem Leder machen. Eigentlich kann ich nur noch zehn Minuten. Neun. Also müssen wir eigentlich aufhören. Also eigentlich sollten wir eventuell unter Umständen vielleicht sinnvollerweise die Segel streichen. Oder wo wir wählen. Richtig, ja. Es geht mir gerade genauso wie, äh, allen. Ich würde auch gerne noch weitermachen, weil wir gerade irgendwie so mitten im... Unlink-Link-Book mit einem Leder. Ja. Dann treffen wir uns einfach unten in den neuen Raum und dann machen wir da Schluss. Klingt nach dem Plan. Ja, ich ersticke übrigens gerade. Und ja, wir entschuldigen uns, dass ihr jetzt die letzte Woche nur drei Folgen gesehen habt. Und quasi das ist die dritte. Ähm, nächste Woche wird's wieder regulär sieben Folgen pro Woche geben. Oui. Also der Raza hat wieder Chava-Probleme. Oder Männerschnupfen. Die sogenannte Rüsselseuche. Die Rüsselseuche, die momentan jeder hat. Nein, das war ich nicht. Ich auch nicht. So, wo treffe ich uns? Hä? Im Keller. Im Keller, okay. Der Keller! Uh! Das ist interessant, guck mal. Wenn man das ansteckt, dann ist es an der Stelle hell. Vielleicht auch Feuer? Wenn man da drüber geht? Ist das bei euch auch heller, wenn ich hier Feuer mache? Hier, guck mal, ich mach hier Feuer. Ist das dann da heller? Nö. Flup. Und verändert. Flup. Und ich bin auf dem Weg nach unten. Geil, bei mir ist alles hellblau oder? Äh, diese Dinger zum Reinpuppeln, äh, müssen wir auch noch bauen ein paar, ne? Glaub ich nur noch drei. Ey, wie geht das? Worauf geht das aus? Ja, das kriegen wir ja hin. Hier, guck mal. Da. So. Und. Wut. Extra für dich hier. Komm. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzugucken, wie wir, ähm, so einen Portalraum bauen. Ja, der wird echt cool. Möchte ich was wetten? Der wird richtig awesome, passt auch richtig in die Westernstadt rein. Ähm, nur mal ne Frage, warum haben wir hier einen Abstand, hier zwei und da auch wieder zwei? Das hat, äh, Sebi gebaut, da musste ich den fragen. Ne, ne, du hast den, das Portal hier ist nur beschissen aufgebaut, weil eigentlich, äh, soll es ja nicht in der Wand stecken, oder? Stimmt. Das ist ein zweit rechts. Weil wir haben in der Mitte, in der Mitte sind, äh, zwei und sonst immer einer. Ah. Place. Der Rother war's, der hat das Portal gebaut. Achso, okay. Ach, Rother. Ja. Das Portal hat auch mitgebaut, erzählt mir ja keine. Woher jetzt hier? Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Aufnahme hiermit noch weitermachen. Nein. Ja. Hihihihihi. Tschüss. Komm, mach das Portal aus, mach das Portal aus. Egal, das Buch bringt mich zurück und nicht das Portal. Was ist denn ich gemein? Habt ihr das gesehen? Der hat da ein Loch reingemacht. Stimmt. Da ist ein Loch rein. Das Portal ist kaputt. Ich seh das auch, ja. Das Portal ist kaputt, es hat einen Riss, jetzt nicht mehr. Ich bin bescheuert. So, wir hoffen es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal nur drei Folgen pro Woche gab, äh, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, äh, äh, Donnerstag. Ja. Wann auch immer diese Folge hier kam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwann in der Woche. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.